Ja, wir sitzen hier bei Prepaid-Dürüm in Sparge, bei Jonas zu Hause. Die Jungs sind hier voll gut in Action und bespannen die Fähle neu vom Drum. Wie vor jedem Gig. Ja, wie vor jedem Gig. Das gehört natürlich zur professionellen Professionalität von Dürüm. Ja, das läuft hier. Und hier haben wir noch den Haupt-Ansteller von diesem Film. Jonas Ferber. Gefilmt von einem Vollidiot. Gefilmt von einem Vollidiot. Wir nennen es auch Haarenbrück. Haarenbrück. Wir nennen es auch... Ey, fuck man. Das ist schwere Müsse. Dass man das Gewinn hat. Ah gut, nein, das ist normal. Dummes.